Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich sitze hier gerade auf unserer wunderschönen Terrasse in der Hängematte, lasse mich ein wenig schaukeln. Und da ist mir noch etwas ganz Wichtiges eingefallen, was ich ganz vergessen habe, im Video bislang aufzunehmen. So zum Abschluss von unserem Lebensfreude-Göttinnen-Retreat gab es, ja, stilgemäß für uns Lebensfreude-Göttinnen noch ein wunderbares Abschlussfest, ein sogenannter Gammelahn, wo vier wunderbare Frauen, also zwei Frauen und zwei Mädels für uns getanzt haben, zwei balinesische Tänze aufgeführt haben und es hat insgesamt etwa 20 Minuten gedauert, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange, aber so ein paar Ausschnitte, die schneide ich euch jetzt noch zusammen oder habe euch die zusammengeschnitten und wünsche euch jetzt noch viel Freude an unserem Abschlussfest von unserem Lebensfreude-Göttinnen-Retreat hier auf Bali. Ich wünsche euch viel Freude. Ich wünsche euch viel Freude. Ich wünsche euch viel Freude. Ich wünsche euch Freude. Wüßweg. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018